ja servus leute und herzlich willkommen hier zu einer neuen folge minecraft forever stranded hier auf meinem kanal vor dem moment jetzt gerade nichts wir haben hier einiges bekommen an material durch das sieben von einer erde glaube ich war es und ein bisschen sand zerstoßen das eisenherz wir brauchen so viel zeug leute wir brauchen so viel zeug auf dauer lassen die nacht laufen dann können wir noch ein bisschen ab packen uns jetzt erstmal alles hier rein dazu müssen wir später noch mal ordentlich sortieren kürbis keine weizenkörner kriegen alles später hin wir haben hier noch mal sechs kleinen steine insgesamt brauchen wir neun ja können wir noch im einbruch stellen einbruch stellen können wir noch machen leute und ich habe nachgeguckt ich weiß jetzt wie das zeug heißt oder das teil heißt was ich gerne bauen würde oder was auch blackjack gebaut hatte buchstein drei ja das ist nämlich cooling coil heißt das soweit ich das cooling coil oder da genau das hier wollen bauen wir brotstein und beim bauern mit fris rot oder diamond chart diamond chart kriegen wir aus diamanten oha ja oder fris rot ja dann bleibt uns nur die möglichkeit hier mit den diamond chart hammer kommen nether ziel für wie bekommen wir netheric schadet gold feuerstein ob sie ja ne alter nee ich glaube das wird erstmal nichts mit der kühlung ok dann müssen wir uns so behelfen irgendwie sie wieder kaputt super zunächst ist sieb wie viele kleine sterne 6 ja das dauert kommt heißt zombie wurde zu tode gestochen ich wüsste jetzt nicht was wir jetzt generell noch direkt machen könnten habe ich jetzt keine ahnung also generell wo ich mir natürlich diese diese nether sachen alter schadet ob sie an das wird denke ich mal nicht das problem sein großartig da kann uns mit sicherheit was machen eisengitter da brauchen wir viel eisen für leute brauchen wir verdammt viel eisen für leute können noch ein bisschen abkühlen wäre nett das mit der kühlung dauert so lange das dauert so lange aber okay was können wir in der zeit machen wir können uns glaube ich ein pass auf und wir machen uns ein schwert breitschwert oder ein langes schwert fiederung eine fiederung ok ich weiß nicht wie viel schaden das macht breitschwert ich weiß nicht was mehr schaden macht steht das hier mit hoher geschwindigkeit in kampf zu ziehen ok machen uns breitschwert oder ist langes schwert ich würde er das breitschwert machen glaube ich weit weit schützer werkzeug griff werkzeug griff haben wir ja wir brauchen jetzt noch nicht schwertklinge wie machen wir noch mal die dinge schablone schablone hier waren noch mal schablone schablone lass mich mal dahin schablone leere schablone wie war es noch mal zwei bretter und zwei stickies ok das krimmeln glaube ich da hätten wir das dann brauchen wir den werkzeugen griff höchste bindungs schablone ne falsch spitze schablone kreuzschützer schablone handschützer schablone weitschützer schablone ich glaube das ist das was wir brauchen dafür ne wir brauchen dafür eine weitschützer weitschützer schwertklinge werkzeug griff werkzeug griff haben wir ja das war das hier ne weitschützer schablone ja jetzt brauchen wir noch eine klinge breit große schwertklinge schablone große schwertklinge schablone schablone und müssen uns hier das auch nochmal machen einmal mit kaktus das alles wollen wir jetzt einmal hier ein lager nochmal und die packen wir uns mal ins lager äh unten danke dann hauen wir uns den 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 das breitschwert zusammen dann haben wir zumindest mal ein schwert ne wenigstens etwas haben wir eine kleine waffe zumindest auch mal oben hier ordentlich was zu schaffen also zumindest kampftechnisch ein bisschen was zu haben ist auch schon mal nicht verkehrt so ähm er wieder 7 wir brauchen noch 5 spruchstein 5 bruchstein brauchen wir definitiv noch das ist heftig von der menge her ne neun ja da hätten wir vier bruchstein dazu heißt wir wollen noch 5 bruchstein leute wir brauchen wir sind dann nicht gewachsen hier wir brauchen hier auf der anderen seite gewachsen auch noch nicht ne ne auch noch nicht das ist doof das ist doof wenn die gewachsen wäre es schon mal wesentlich besser gewesen ich weiß nicht was für mich hinten an der pyramide erwartet müssen müssen wir hingehen müssen wir gucken ob wir da was finden was uns weiter bringt eventuell vielleicht finden wir da ja direkt eisenbauer das wäre natürlich noch mal mega geil Kartoffelsamen Agaziensamen uha wir brauchen Erde Leute wir brauchen Erde ähm Kiste 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 da Kiste Akazensamen perfekt ähm Bretter und kleine Steine äh sonst haben wir glaube ich nichts dabei okay hängen wir mal auf machen wir uns noch was zu essen äh äh was sollte ich jetzt machen Kaktus ne Kaktus ist am besten hier vorne glaube ich gerade mal gucken wo wir Kaktus noch bekommen hier nochmal jetzt gehen wir auf die andere Seite weil hier ist jetzt kaum was los und wie bei den Hitzen schon wieder fast ne alter Falter hoppala ja komm stirb hast du verdient perfekt jetzt machen wir natürlich Erde Akazensamen wir bekommen Leute geil hier mal Katzensamen Leute also weitere Holzsorte das ist nice so jetzt brauchen wir Erde wir müssen uns hier abkühlen Abkühlung ist auch immer immer wichtig hier deswegen brauchen wir unbedingt so viel äh so schnell einmal wie möglich damit dass wir Wasser haben können also Wasser können wir zumindest schon mal unendlich produzieren Leute jetzt kühlt doch endlich ab hier so kühlt ab komm ah ne ich glaube nicht also ich denke mal wir werden jetzt bald doch das erste Mal sterben egal ein Bett haben wir zumindest ein Bett haben wir das passt so Akazensetzen perfekt dann setzen wir die Akazie auch hinten hin oh Baum ist gewachsen alles können wir gut gebrauchen machen wir beim nächsten Part den Baum den Baum machen wir im nächsten Part ich danke euch erstmal fürs Zuschauen wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder mal gucken wann in dem Sinne bis dann erstmal Servus und Tschüss mit bei zum Bis zum nächsten Mal.